Liebe Deutschlande, auf dieser Grammatiktafel lernen wir die Hilfsverben haben und sein, sein und haben. Es sind unregelmäßige Verben. Es sind Hilfsverben, das heißt wir brauchen sie sehr häufig. Also der Infinitiv, sein, ich konjugiere jetzt das Verb sein im Singular. Ich bin, du bist, er, sie, es ist. Also maskulin, er, feminin, sie, neutrum, es, ist. Dann in Plural, wir sind, ihr seid, sie sind und die Höflichkeitsform, sie sind. Das Pronomen, das Personalpronomen bei der Höflichkeitsform schreiben wir groß. Jetzt zum Hilfsverb haben. Ich konjugiere das Hilfsverb haben. Ich habe, du hast, er, sie, es, hat. Also eher maskulin, er hat, sie, feminin, sie hat, es, neutrum, es hat. Dann zum Plural, wir haben, ihr habt, sie haben. Die Höflichkeitsform, sie haben. Die Höflichkeitsform ist immer gleich der ersten und der zweiten Person Plural. Aber beachten sie, wir schreiben das Personalpronomen groß. Dankeschön.